Ja, hallo, guten Tag. Heute wieder ein Einkauf des Tages von mir. Der Einkauf folgt jetzt gleich. Wir haben jetzt 9.30 Uhr und heute ist der 27.08.2019. Okay, jetzt kommt der Einkauf. Einkauf des Tages Bananen, Rosinen oder Sultaninen, Nektarien, Datteln, Grinoa und dann habe ich ein paar Äpfel gekauft. Ja, das war es euch schon wieder von heute und tschüss.